Was geht ab? Mein Name ist Sebastian Stoltner. Wir haben gerade eine richtig coole Aktion am Laufen auf viprice.org-stoltner. Könnt ihr jetzt eine Reise zu mir hier nach Nazare gewinnen. Das Beste an der Sache ist, ihr unterstützt mit jedem Los, was ihr kauft. Nicht nur euch selbst mit der Möglichkeit hierher zu kommen, sondern die Laureus Sport for Good Stiftung, die vieles Gutes tun. Von daher, checkt's aus, viprice.org-stoltner und ich freue mich darauf, euch hier in Nazare bald zu sehen. Bis dann, ciao.